Oh, 1935er. Alter, ich kriege ja heute nur die Großmeister gefühlt. Na? Eingeschlafen? J.M. 91er. Oh, der macht den Griechen. Der macht tatsächlich den Griechen. Der Bischof steht da nicht schön, ne? Der blockt hier seinen anderen Bischof. Er kann natürlich einfach nehmen, aber dann hat er nicht mehr das Bischop-Paar und es wird eine offene Partie hier. Es wird eine ganz offene. Klatsch den weg. Swaggurit machen wir. 1935er. Wenn wir die schaffen zu besiegen, ne? Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es echt geschafft. Kann man den hier spielen oder macht der keinen Sinn? Wir machen den. Er nimmt hier raus. Wir machen den. Er macht den. Wir machen den und dann hängt doch der. Oder hat er denn wieder diesen komischen Trick hier? Mit H3. Den haben wir ja gelernt, ne? Im vorletzten Spiel. Aber das sieht auf jeden Fall lustig aus, Jett. Real Talk. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Aber dann hängt der. Ah, dann hängt der. Der. Ja, schwieriger. Schwieriger Move. Aber er hat jetzt hier auch einen Isolated Pawn, ne? Wenn er hier nimmt. Nehmen wir gegen. Dann hat er hier einen Isolated Pawn. Der ist geschützt. Der Bishop steht mega scheiße. Und wir entwickeln uns dann einfach. Sieht gut aus. Er hat 365 Tage. Gute Nacht. Küsschen aufs Nüsschen. Mein Bester. Wir gehen rein in Stafford. Ey, Marcelo. Ich weiß nicht, warum er nicht in Stafford gegangen ist, ne? Gegangen ist. Beste Deutsch, Digga. Aber normalerweise sollte man da reingehen. Chat. Sagst du, wie es ist? Ist nicht die beste Eröffnung. Die muss man können. Und wir können sie. Ja. Der hat es zwar mal angegriffen, meine jungen Freunde. Dame E7. Oder? Oder F5. Chat. Er hat Angst, Monka S. Er hat richtig Angst, Digga. Okay, wenn wir jetzt die F5 spielen. Dann kommt der wahrscheinlich, ne? Und dann kommt... Wahrscheinlich Dame E7. Das macht man doch so oft im Russischen. dass die Damen hier beide sich anschauen. Bei F5, dann kommt der. Dann machen wir G3. Und dann machen... Dann feiern Shadden wir. Und dann Queensidecasteln oder was? Ja, komm. Ja, komm. Das sieht doch okay aus. Wir müssen... Also wir brauchen halt noch ein paar Züge dann, ne? Können wir nicht nehmen. War ein Witz. Können wir nicht nehmen. Wir können... Nee, können wir auch nicht spielen. Okay, ich glaube, er hat uns jetzt ein bisschen Zeit gegeben, ne? Wir verlieren uns aber ein Tempo. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Dann verlieren wir halt ein Tempo. Dann verlieren wir halt ein Tempo. Dann können wir aber kasseln. Weil er nimmt jetzt gegen und dann müssen wir unsere Damen nochmal bewegen, ne? Never play F5. Warum nicht? F5 sah doch okay aus, oder Jungs? F5. Huch. Okay, wir haben jetzt ein Tempo verloren, ne? Tempo verloren, Queensidecasteln. Okay. Solider Zug eigentlich, ne? Aber können wir nicht einfach unsere Dame wegbewegen? Die ist ja nicht gepinnt oder so, ne? Und der ist auch nicht mehr doppelt angegriffen. Jetzt müssen wir nur schauen, wo... Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Uhr. Monday Nights, grüß dich. Montagabend? Nee, Montagnacht. Mein Fehler. Englisch können wir. Okay, wir spielen hier, ne? Aber dann macht der den. Oh, der war mega insane. Ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Aber was machen wir denn da jetzt? Lol. Boah, der Chat, der war gut, ne? Wir verlieren jetzt, glaube ich, eine Figur. Das heißt, wir müssen hier hingehen, oder? Damit wir den Bauern pinnen? Weil sonst macht der den hier. Und dann verlieren wir hier die Figur. Wir müssen es schnellstmöglich casteln, Junge. Dann kommt D3, genau. D3 ist ein bisschen tricky. Oder tödlich, besser gesagt. Wenn er jetzt castelt, dann droht das schon wieder, ne? Und wir müssen halt irgendwas machen. Boah, was machen wir denn dann? Real Talk. Er castelt. Wir casteln. Genau, wenn er castelt, casteln wir gegen. Klar. Er castelt. Und dann droht D3. Dann casteln wir auch, ne? Und dann kann er D3 nicht mehr spielen, weil wir uns einfach wegbewegen und den Bishop angreifen. Jawohl. Okay, Queenzeit casteln. Digga, wir rechnen uns hier zu Tode. Ciao. Alles ist schon durchgerechnet, Junge. Blitzen wir. Okay, der macht auch irgendwie Sinn, ne? Gehen auf die Diagonale vom König, greifen den Bauern an. Ja, komm. Den nehmen wir auch gleich raus hier. Da haben wir A5, haben wir gemacht. Alex, Gott, gute Nacht. Gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und MC Potato. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Liquid Walker. Kennen hier wahrscheinlich nicht so viele. Aber Liquid Walker ist eine Berliner Legende auf jeden Fall. Okay, Turm B8. Ich glaube, damit hilft er uns sogar ein bisschen, ne? Und wir drohen hier auch gleich mal E8 zu spielen. Oder hat er irgendwas anderes damit gemacht? Also Turm B8 wollen wir hier sowieso spielen. Königssicherheit. Jetzt einfach Turm E8 und dann skeweren wir hier mal ein bisschen rein. Counter Castle auf Doom, jawohl. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Rechnen haben wir durch. Die Musik, ne? Digga. Die hören wir immer jetzt, Chat. Johnny Walker ist eine Legende. Äh. Muss mal kurz was gucken. Ähm. Warte kurz. Äh, ja. Ähm. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Was trollst du mich so? Das ist ein Whisky-Junge. Oh, was macht man jetzt? Also, der Darm ist ein bisschen bedrängt. Und Darm bedrängen, da sehen wir uns ja gar nicht. Da sehen wir uns ja gar nicht. Oh, da sehen wir uns halt wirklich nicht, wa? Wir gehen hier, dann kommt der. Dann ist Remi oder wie? Jungs, ist das eine Remi-Stellung hier? Wir können halt auch nichts dazwischen stellen, ne? Oh, Jungs, wir machen ein kleines Manöver mit der Dame. Wir stellen die jetzt aktiv hin und holen die mal rüber hier. Wir holen die mal rüber zum Angreifen. Remi ist gut für die Elo, stimmt. Stimmt, Remi wäre halt echt gut für die Elo gewesen, ne? Da hätten wir uns ein paar Punkte snacken können. Stein, Stein-Karlbert. Moin, der Bruder von Albert. Grüß dich. Und, äh, danke dir für den Follow. Und auch an Dunking-Deutschmann-Elf. Dunking-Deutschmann-Elf, geil. Und, äh, ja, danke. Danke, danke. Was wird denn das jetzt? Achso, aber das ist doch Quatsch, oder? Ist ja nicht Quatsch. Okay, wir spielen jetzt H6. Er geht hier, wir gehen hier, er geht hier. Dann haben wir doch... Dann haben wir was Besseres, maybe. Also den Bauern hier können wir nicht nehmen, ne? Der ist gedeckt. Wir müssen eigentlich mal entwickeln, ne? Entwickeln, wenn er hier forked, dann... Dann nehmen wir natürlich raus einfach. Tome 8 sieht halt immer noch strong aus. Vielleicht sollten wir das sogar spielen, Tome 8. Tome 8 sieht sehr gut aus. Weil Tome 8 droht auch so ein bisschen den hier, ne? Oder? So ein bisschen wenigstens. Weil er geht jetzt hier, wir gehen hier, er geht hier. Wir gehen hier. Dame ist angegriffen. Wenn er rausnimmt, nehmen wir die Dame. Das sollte doch funktionieren. So heißt der Arzt meiner Freundin. Huch. Johnny Walker? Äh. Ich glaub, die sagt hier immer, die geht zum Arzt. Die geht, glaub ich, woanders hin, Junge. Passt doch mal ein bisschen auf. Okay. Schatz, ich geh zum Arzt, zum Johnny. Alles klar. Alles klar, wissen wir alle Bescheid. So, was machen wir jetzt? Da haben wir es angegriffen. Wollten die ja eh hierhin bringen, ne? Aber Darm traden, auch gar keinen Bock, Digga. Darm traden, gar keinen Bock. Was müssen wir sonst machen? Was haben wir denn anderes, außer Darm traden? Den hier. Dann kommt der hier. Und dann ist unsere Dame aber abgeschnittener als, ne? Bei Mitzwa und so. Okay, wir gehen hier hin. Wir gehen hier hin. Er geht hier. Ja, nee. Nee, 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 nee. Wir traden rein und gehen ins Endspiel, oder? Wir traden rein und gehen ins Endspiel. Johnny Sins sagt mir gar nichts. Johnny Sins sagt mir auch nichts. Mit Johnnies hab ich's nicht so. Ähm. Was passiert denn hier gerade? Ganz ehrlich. Was passiert denn hier gerade? Ich mach mal den. Das ist gerade eine ganz, ganz schwierige Stellung, oder? Die Musik ist gerade ein bisschen leise, ne? Das ist der Kerl mit dem krassesten Lebenslauf der Welt. Huch. Huch. Okay. Ja, die Gesellschaft ist lebenslauffixiert, ne? Da bin ich ja ein bisschen anders irgendwie. Der kann auch gut Schach spielen. Mit Damen und Aufspießen kennt er sich zumindest aus. Ach so, das ist wahrscheinlich, okay. Ihr meint wahrscheinlich, äh. Okay, Jungs, da reden wir jetzt nicht drüber. Über so Themen reden wir nicht. Okay. Der Gegner ist ein klassischer Shrimp, immer auf Damenjagd. Aber echt, ne? Aber echt. Den kann er nicht spielen, ne? Der ist gepinnt. Sollten wir uns mal vielleicht im Hinterkopf behalten? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Stellung mag oder nicht. Wenn der hier weg ist? Dann hätten wir Ideen. Dann hätten wir auf jeden Fall Ideen. H6 vielleicht mal. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Madikin. Moin. Grüße. Hallo. Wir spielen gerade Schach. Falls du es nicht gesehen hast. Aber wir spielen Schach. Das Spiel der Könige. Was will er denn jetzt machen? Oh, Chad. Wisst ihr, was er machen will? Er will Taken, oder? Ne. Was will er machen? Ich hab grad gedacht, er will Taken. Lol. Wegen Take, Take. Ne. Hä? Oder was hab ich gedacht? Ich hab grad irgendeine Taktik im Kopf gehabt. Take oder was? Take, Take. Oh, das sieht irgendwie gefährlich aus. Das sieht gefährlicher aus, als wir denken, Jungs. Das sieht echt gefährlicher aus, als wir denken. Glaub mir mal. Wir machen mal den. Jetzt hängt ja erstmal der hier, ne? Der ist zweimal angegriffen hier. Vielleicht macht er den? Wer macht den? Oh, das gefällt mir, ne? Das gefällt mir. Wirklich. Weil jetzt können wir den hier spielen. Und dann ist der Springer ja erstmal weg vom Fenster, oder? Dann drohen wir vielleicht noch den oder den? Oder wir gehen einfach hier. Aber steht der da gut, ist die Frage, ne? Steht der da gut? Ich weiß es nicht. Also, besser als hier, glaub ich, oder? Ja, komm, mach mal so. Weiß nicht, ob der hier gut steht, Jungs. Kein Plan. H6 gewinnt eine Figur. H? H6? Hab ich nicht gesehen, Chat. Ey, jetzt mach mal keine Faxen hier, Digga. Wir können nur hier hingehen, oder hier hingehen. Dann lass mal lieber hier hingehen. Wir stellen uns natürlich direkt rein, dann, ne? Ne, lass mal hier hingehen. Danach greifen wir den ja noch zweimal an. Boah, das könnte jetzt knifflig werden hier. Wir können ihn gleich rausnehmen, ne? Take, take, take. Wenn er den hier spielt, können wir vielleicht sogar reinnehmen. Schauen wir mal. H3 hätte eine Figur gewonnen. Achso, H3. Ich meinte H6, ne? H6? Dann geht er doch auch zurück, oder? Achso, dann geht er zurück und dann... Ah, okay. Verstehe. Ah ja. H6. Removes the Defender. Und wir können hier den Bishop nehmen, ne? Aber war das so krass in der Stellung? Dame war angegriffen. Dame war angegriffen. Hier, oder was? H6. Der geht hier. Wir take ihn hier rein. Der kommt aber der hier, ne? Der kommt Bishop, schlägt A6. Wir take ihn hier und dann take der unseren Turm, oder? Glaube ich. Ich auch, Jeremy. Huch. Kannst du nicht. Achtung, Betteltaure. Was kann ich nicht? Scheiße. Ich sollte öfter den Chat lesen. Kann ich nicht. Achtung. Ich kann nicht hier hingehen, oder was? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, deswegen sagte ich ja zwei Figuren für den Turm. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber zwei Figuren für den Turm ist gut, ne? Uh. Jetzt wird er ja kreativ. Hier take. Das will ich wahrscheinlich hier reinnehmen, oder? Hat er Turm und Bishop geopfert, Leute? Hier take. Und dann? Da kommt take, oder was? Da kommt take. Und dann? Hängt ja dann auch irgendwann mal. Keine Ahnung, ich nehme raus. Soll er mir mal zeigen, was er hier kann? Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, er hat uns das die Qualität gegeben, ne? Und sein Plan ist, wenn wir hier hingehen, nimmt er hier raus. Und dann will er mit seinen, mit seiner Schwerfiguren-Dame. Ja, ja, das war nicht besonders schlau. Der Kommand, Digga. Wollen wir einfach unsere Qualität zurückgeben? Nee, ne? Take, take. Oh, wir können die rausnehmen, Digga. Tactics, oder nicht? Die Tactics funktionieren doch. Take. 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 Oh, die funktionieren, oder? Oder kommt dann hier der? Der kommt take, take, take. Oh, warte mal. Alter, ich glaube, wir können vielleicht rausnehmen, Jungs. Aber vielleicht machen wir das danach. Vielleicht machen wir so, er macht den, und dann nehmen wir raus. Das könnte ganz gefährlich sein. Take. 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 Er geht hier. Dann haben wir aber take. Wenn er hier take, takeen wir hier. Er taket aber hier, dann takeen wir hier. Dann gewinnen wir doch, oder? Chat. Ich glaube, wir können nehmen, ne? Ich glaube, wir können nehmen. Komm, wir gehen rein. Ich glaube, wir können nehmen. Ich habe es mal schnell durchgerechnet. Die Tactics sind doch auf unserer Seite, oder? Weil das Ding ist, immer wenn er die Gabel macht, dann machen wir halt den hier, ne? Und dann drohen wir halt auch, dass wir die Dame nehmen. Und er nimmt dann unsere Dame, wir nehmen seine Dame. Und im Endeffekt hat er schlechte Bauern, und wir haben einen guten Turm. Auf der siebten Reihe. Okay. Do it, just do it. Das Meme ist auch nice. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir sind plus fünf. Auf ganz entspannt. Den hier können wir pre-moven, oder? Sieht gewonnen aus. Sieht gewonnen aus. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ey, aber gegen 1900, da gewinnen wir langsam. Ist ja mal mega. Ist ja mal mega. Wow, Kugel Butch. Kugel Butch. Kugel Butch ist einer der besten Chess-Player. Moin Jungs. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Der hat nur noch zwei Minuten auf der Uhr, wa? Bravo. Okay, er nimmt raus, können wir gegen nehmen, ne? Können wir gegen nehmen. Wenn er hier nimmt, nehmen wir gegen. Bauer hängt. Alles schon durchgerechnet hier. Alles schon durchgerechnet. Wenn er hier hingeht, machen wir auch den hier. Wenn er hier nimmt, nehmen wir gegen. Wenn er hier nimmt, nehmen wir auch. Es funktioniert alles. It just works. It just works. Der pre-moved hier. Macht er einen auf den. Ha, Schach! Lol, das hab ich gar nicht gerechnet. Lol, das ist ja Schach. Oh, und dann gibt er auf. Oh, shit, GG. GG, Poggers. Pog. GG. GG. Nice. Gegen 1900, der Chat. Und ohne Tricks? Ohne Tricks? Wir gucken mal hier rein. Wobei, wir wollten Stafford spielen. Wir wollten es schnell und kurz machen. So wie andere Dinge. Okay, wir gehen hier. Aber wir müssen mal Engine anmachen. Analysebrett. Okay, D4. Alles entspannt. Alles entspannt. Hier sah es schon ein bisschen knifflig aus. Na ja, Dame E7. Hab ich mir schon fast gedacht, ey. F5 sah ein bisschen weird aus. Aber das war da geil, zwar. Hier haben wir ein Tempo verloren. War aber okay. Dann Queenside Casting, genau. Das war schon knifflig, ne? Aber ich will mal gucken, ob er die Dame, äh, ob er die Qualität hätte geben müssen. Wir stehen hier so gut, ne? Boah, wir stehen hier so gut, ne? Boah, den hab ich auch nicht gesehen. Aber wieso funktioniert denn der überhaupt, Leute? Ich bin da doch gegen. Ja, okay, das sind irgendwelche Engine-Varianten, Digga. Ja, ja, das war nicht besonders schlau. Doch, das war sogar der richtige Zug von ihm, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Die drohen doch gar nicht so viel, oder? Oh, let's go, Boys. Oh, Bruder. Haben wir gesehen. Haben wir gesehen. Oh, das haben wir alles gerechnet, ne? Ha.